gut jetzt schnell zum express und dann zurück zu unserem schiff der express war glaube ich hier unten hat haben wir markt stehen ja nur ein stück ach da war ja hier bin ich glatt dran vorbei gelaufen kann ich muss auch noch die verlorene liebe vom alten mann finden das müssen da da müssen wir hin also da uns im turm oder was so ist so wir sind hier falsch warte mal ich bin zu einsam und das war's so kann ich jetzt hier anlegen ich mache folgendes schlägt mal bei den müssten fahren wenn es geht so dann gehe ich von dort aus von dort aus ich habe mich gerade voll verjagt so es geht von hier aus zur höhle aber wir brauchen den kanu um zur höhle zu kommen also also dass wir zurück nach thais müssen das hier ist kein kanu das heißt wir müssen zurück nach thais so kann man seine folgen auch in die länge ziehen und von hier aus nach thais so irgendwo muss der kanu sein hoffe ich mal papier das ist jetzt nicht so gut so könnte er sein können wir auch mit dem schiff teilen also vielleicht immer zurück zum schiff die einzigen orte wo der kanu sein kann ist animalville und in dem schneegebiet aber im schneegebiet war es ja nicht animalville ne da gibt es kein expresso wo wir ohne den kanu irgendwie weg kommen ich schaue mal nochmal hier im stehgebiet vielleicht haben wir irgendwas übersehen oder irgendwo falsch geguckt so wir würden dann hier irgendwo hier anlegen aber hier ist kein kanu in sicht ist der kanu weg wo können wir eigentlich mit dem x-preis nach animal will also so testweise ich kann mich nicht erinnern dort ein express gesehen zu haben so wir sind jetzt da und dann schauen wir so nein ich wollte nicht mehr kann da Mist im richwood glänse ja wir können auch noch einen kanter ja dann gehe ich zurück zum schiff der kanu ist verschwunden wahrscheinlich müssen wir jetzt irgendwie mit dem schiff dorthin gut wie kommen wir jetzt da hin gut wie kommen wir jetzt da hin da kommen wir gar nicht denn da ist so eine brücke da kommen wir nie entheben hier das heißt wir müssen mit dem kanu gut wie kommen wir jetzt da hin gut wie kommen wir jetzt da hin ja ja schon Ich habe gedacht, dass sich der Kahn irgendwo hinter einem Baum versteckt. Oder so, aber das tut es auch nicht. Ich muss schon mal gucken, wo ich das Kahn das letzte Mal benutzt habe. Ich gehe mal kurz nach Thais, um dort zu schauen. Wie es aussieht, muss die Prinzessin im Sarg ein bisschen warten. Kann doch nicht sein, dass es hier am Kahn nur scheitert. Okay, hier ist nix. Und oben vielleicht irgendwo. Ah, sieh mal einer auch. Hier oben ist es. Hier oben ist es. Ich frage mich, ob mich der Schaf überhaupt durchlässt, weil es sind ja nur Tiere erlaubt. Ja, manche anscheinend nicht. Keine Menschen hinter diesem Punkt. Gut, dann müssen wir Frederik holen. Ich glaube, ich lasse... Ja, Ali ist jetzt zurück. Check brauchen wir, um mal Truen zu öffnen. Ja, die Musik habe ich vermisst. Okay, der tut immer so, als wäre er ein Vogel. So, jetzt muss ich Frederik finden. Wo ist der? Der war in der Schule, ne? Okay, der war in der Schule. Ich glaube, jetzt ist er im Haus. Da ist er. Ja. Ja, Ali ist hier. Okay, sie wartet entheißen auf uns. Jetzt zurück zur Höhle nochmal. Voll der Menschenrassismus, dass er uns nicht durchlässt, also der Schaf. Okay, vielleicht liegt es auch daran, dass die Tiere heulen, dass die Tiere halt die Prinzessin vor den Menschen beschützen will. Weil, ja, man kann sich ja schon denken, ne? Menschen haben nicht immer Gute zum Sinn. So, jetzt lässt er uns durch. Ich habe jetzt... Ich habe jetzt... Ich habe jetzt... Bis zum nächsten Mal.